Ach ne, warte mal, das war gar nicht hier, das war hier hinten, ne? Oder? Doch, genau, wir müssen hier runter nochmal. Äh, zuppel zuppel. So. Na komm, nun geh doch in die richtige Richtung. Nein. Geh nicht ein Stückchen. Daran kann man nicht ziehen. Ja, genau. So, ja wie gesagt, wir sind immer noch in der Nachfahrt, Freunde, die zweite Folge von 2. Das heißt, in der nächsten Folge geht's dann wieder weiter. Ganz wie gehabt. So, ähm, drüben waren wir schon, genau. Wir müssen jetzt nochmal kurz hier lang gehen. So. Jetzt ist halt die große Frage, wie kommen wir denn da rein? Wie kommen, wie kommen wir da rein? Vielleicht gibt's irgendwie ein Nautilusloch, das könnte ja sein. Mal, hier vorne ist keins. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal... ...gleich von der anderen Seite, weißt du, so von hier rechts. Upsala. Haben wir hier vielleicht ein kleines Nautilusloch. Ah, Tatsache. So. Bin hier mal gespannt. Das heißt, wir dürfen wieder in den Nahkampf gehen, mit unserem Kollegen hier. Juhu. I love the Nahkampf, weil Nahkampf is the best way for a Magier. So. Ähm, der ist da. Ja, einfach mal... Ich spawne mal hier. Feuerball. Aha. Nicht gesehen. Einmal. Na, komm nur. Trau dich. Okay, der hatte keinen Bock zu kämpfen. So, hier ist erstmal jetzt ein Hebel. Was macht denn der Hebel? Kann man dann ziehen. Ah ja, genau. Er macht das Tor hier auf. Ich kann immer kurz Mana recken. Warte mal. Kurz ein bisschen Mana recken. So. Dann nehmen wir hier noch die Büste mit. Und dann... Sarkophag. Oh, mal ohne Skelett. Das ist ja ganz ausgezeichnet. Mit fettem Lut, hoffentlich. 100 Gold. Ein Ring des Axtkämpfers. Und hier die Chinese. Und Mana-Tränke. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist im Vorrat wieder aufstocken. Ich überlege eh, wo wir Mana-Tränke herbekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir da noch brauchen später. Gegen den Titanen würde ich gerne eine große Portion mitnehmen. Beziehungsweise gegen den Inquisitor. Ich weiß nicht. Ich schätze mal, dass wir gegen beide ran müssen. Mal gucken. So. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt beide Büsten. Das heißt, wir können hier mal die Büsten draufstellen. So. Goldbrocken. So. Das ist dann diese hier. So. Und dann nochmal die andere. Ich speichere aber vorher. Nicht, dass hier gleich irgendwie eine Horde von Aschebästchen rauskommt. So. Nummer zwei. Hallo. Ist da wer? Ja, da ist ein Priester. Oder ein Echsenmensch. Was ist das? Ein Priester. Er hat nämlich so eine kleine Krone auf. Da sieht man das ganz gut. Ach, die weicht. Oh, scheiße. Ihn habe ich ganz vergessen. Oder übersehen. Nein. So. La, la, la. Oh, geh weg. Oh, ist der andere? Komm, wir können erstmal eine runde looten hier. So. Ähm. Wo ist denn der andere? Ah. Okay. Backer. So. Sehr gut. Hat funktioniert. Ist noch wer? Ich mache mir jetzt mal eine Fackel an. Man sieht ja echt nichts in diesen kleinen Gängen. So. Hier ist nisch. Da ist, äh, irgendwie so eine kleine Kuhle drin. Okay. Und da ist ein... Was ist denn das? Ein Schild? Schild des Titanenlords. Erstmal kurz den looten. So. Quest Erfolg. Der Titanen-Schild. Und Quest Erfolg. Finde alle Teile der Titanen-Rüstung. Eldrick muss Titanen-Rüstung jetzt irgendwie untersuchen. Das heißt, wir porten uns zu Eldrick. Ja. Es geht wieder raus. In die, äh, an die frische Luft. Und wir können schlafen. Mal ein bisschen Mana tanken. So, warte mal. Äh, Magie. So. Der Eldrick war im Osten. Komm aus dem Osten. Ostküste ist das, ne? Ja, ich glaube Ostküste. Ah, haben wir es doch tatsächlich mal geschafft, diese ganzen Titanen-Rüstungsteile zu holen. So. Machen wir mal kurz eine Mana pflanze und hauen wir uns einen Sprint rein. Nicht mehr genug Mana. Wie? Ich habe doch gerade eben Mana gefressen. Na, halt nochmal. So. Was soll der Geiz? So, dann schauen wir mal, was der Eldrick zu der Titanen-Rüstung sagt. Hast du fein gemacht, mein Freund. Hast du ganz, ganz groß. Toll. Super. Also, ne? Vor allem, die müssen wir noch irgendwie noch zusammenflicken, glaube ich. Jetzt mal noch eine Runde schlafen. Hey, Eldrick. Ich muss noch kurz dein Bett benutzen. Ah, so. Verdient. Eine Runde schlafen. Ach, ja. So. Jetzt bin ich wieder bereit für weitere Aufträge. Hallo. Äh, ich habe hier mal was für dich. Ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanen-Lords. Verstehe. Du hast sie also gefunden. Komm mit. Äh. Ja? Geh ruhig vor. Lass dich von mir nicht aufhalten. Na komm. Put, put, put. Ah, jetzt hat er es geschafft. So. Ich schätze, wir gehen jetzt wieder zu seinem tollen, äh, Druiden-Schrein. Und dürfen dann die Rüstung, äh, ja, ich weiß auch nicht, reparieren. Wie repariert man eine magische Rüstung? Klar, mit Magie, aber, aber wie genau? Erklär doch mal. So. So, da sind wir. Ganz genau. An diesem Ort können wir die Rüstung reparieren. Gib mir die Rüstungsteile. Äh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Na komm. Hier sind die Rüstungsteile. Gut, dann lass uns beginnen. Wieso habe ich ihm bloß zwei gegeben? Ich habe doch vier Stücke geholt. Auf die Abzocke. Ja, die Rüstung des Titanen Lords. Viel Glück. Oho. Ich fühle mich auf einmal so, so, äh, so kräftig. Ob das an Actime liegt? Kein Product Placement. Gib auf dich acht. Was? Gib auf dich acht. Ja, gut. Ja, gut. Also das war ja sehr, sehr unspektakulär. Wir haben die Titanenrüstung und, äh, jetzt sollen wir weichern einmal und jetzt gehen wir mal in die Vulkanfestung, weil, ich will mal gucken, ob ich noch ein bisschen Magie lernen kann. Wir haben ja ein bisschen EP gesnackt. Vielleicht gibt's nur noch den ein oder anderen kleinen Kniff, den uns ein Meister beibringen kann. So. Dumm, die, dumm, die, dumm. Die schimmert auch so schön. Ich würde mich gerne mal von vorne sehen. Aber im nächsten Gespräch sehen wir das ja wahrscheinlich. So. Automatisches Speichern. So, wir gehen erstmal hier zu unserem... Achso, die sind alle drin, ne? Genau. Wir gehen erstmal zum alten Ignatius. Denn ich würde gerne das vierte Siegel verstehen. Ich will das vierte Siegel verstehen. Es ist die Weisheit des Geistes, die du benötigst. Wenn du bereit bist, werden wir das Ritual durchführen. Ich fühle mich bereit, um dafür fünf Lernpunkte zu verschwenden. Braucht ihr das überhaupt? Ach, komm. Ich bin bereit für das vierte Siegel. Das vierte Siegel ist das Schwierigste. Aber deine Weisheit ist groß. Oh, ja. Lass uns beginnen. Xaradaras empor. In Gardium Liviosa. Du hast die Weisheit des Geistes erlangt. Nun kann dich kein Siegel mehr aufhalten. Sehr, sehr gut. Äh, übrigens... Das ist zu riskant. Okay, und... Unterrichte mich in der Magie. Feuerhammer auf Max schon, ne? So, das heißt, wir sind jetzt ein vollständiger... Warte, ein vollständiger Magier. Genau, Feuerball auf Max. Siegel, äh, sind hier auf Nummero 4. Das heißt, ich kann jetzt alle Siegel benutzen. Das ist ja fantastisch. Was sagst du denn dazu? Äh, gar nix. Obwohl, ich kann mir was verkaufen. Ich brauche Spruchrollen. Das ist voll gelogen. Ich will dir nur meinen Scheiß andrehen. Und zwar... Berserker... Ne, behalten wir hier. Ja, so. Hafer Seelentrinker. Das sind meine... Hier, die alten Echsen... Schwerter. Das behalten wir auch. Brandschwert 80. Obsidian 70. Okay. Ja, dann kann das auch weg. So. Runenschwert weg. Stummend behalten wir mal. Verräterklinge auch. Das sind so die Schwerter mit einem speziellen Namen. Würde ich gerne behalten. Das Goldene behalten wir auch. Äh, das kann weg. Das kann weg. Anwaffen behalten wir auch. Richtstab. Wie viele Titanen Sachen es auch gibt, oder? Unfassbar. So. Bild des Titanen dort kann ich auch mal anlegen. Da kann ich ihm das hier andrehen. So. Helm. Das Titanen dort habe ich auch nicht an. Vielleicht gebe ich hier meinen alten Lederhelm hier. So. Ja, ich denke, das passt schon so. 1000 Gold. Wir haben eh genug. Guck mal, wir haben 13.000 Gold. Alter Schwede. So. Hat der noch ein paar Magiertränke? Äh... Mana? Mana, mana, mana. Nee. Der hat gar nichts mehr. Na super. Na komm. So. Dann würde ich sagen, wir legen das Schild an. Boah, ist das fett. Und den Helm. So. Jetzt bin ich ein echter Titanenlord. Ich kann mich nur dummerweise nicht selber sehen. Ja, ist gut. Hör auf, dich jetzt zu drehen. Das geht halt nicht. Nein, das geht auch nicht. So. Ich brauche Tränke. Ah, ja. Wie haben wir denn noch? Wir haben vier. Wow. Ich nehme alle mit. Kostet doch nichts. Wir haben doch genug. Eiltränke haben wir auch noch. Nehmen wir auch noch ein paar mit hier. So. Was soll der Geiz? Und auch diese hier. Die finde ich auch ganz super. 5000 Tacken. So. Das heißt, wir können jetzt das hier hier reinziehen. Der Rest passt eigentlich, ne? Wobei, ich ziehe mal noch hier die Telekinese rein. Genau. So. Okay. Einmal speichern. Und dann gehen wir zum Titanenlord. Also dem Ursegor. Dem Geist Titanenlord. Sieht schon fett aus, die Rüstung, ey. Vor allem das Schild. Äh. Oder? Sieht schon fett aus. Mega cool irgendwie. Irgendwie so ein richtiger Ritter halt. So. Okay. Lalalala. Können wir uns da nicht auch irgendwie anders reinporten? Geht nicht, ne? Oder? Warte mal. Magie. Vulkangrotte. Westliche Vulkangrotte. Ruine. Ich glaube, wir können uns damit porten. Wenn nicht, können wir uns dann wieder zurückporten. Ist ja kein Problem. So. Äh. Ne. Jetzt bin ich wieder hier. Ne, da geht das nicht. Okay. Dann müssen wir in die Vulkanflüssung zurück. Und dann laufen wir halt einfach durch. Sollte ja auch nicht allzu lange dauern. So. Na ja, sprinten, ne? Wir haben noch die Sprintrolle hier. Zack. Schnell wieder Wind. Ganz geschwind. Und. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Ja, runter. Da sind wir auch schon da quasi. Hmhm. So, ich bin da gespannt, äh, gegen wen wir jetzt kämpfen dürfen. Ob wir jetzt gegen den, äh, Inquisitor ran müssen. Oder gegen den Titan. Oder gegen beide gleichzeitig. Oder vielleicht auch gegen gar keinen. Und die ergeben sich einfach. Das ist aber, glaube ich, eher unwahrscheinlich. So. Ah, los. Stoffjunge. Hat genau gereicht, ne? Der Sprint. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Wieso steht denn der Inquisitor jetzt da unten? Der ist doch da reingegangen. Der wurde wohl ordentlich vermöbelt, hä? Ich rede erst mal mit ihm hier. Warum störst du mich? Wie? Ich hab deine scheiß Rüstung an. Was gibt's? Ich hab deine Rüstung an. Hast du nichts zu tun? Ich glaube, ich soll den Inquisitor umhauen. Na, ich probier's einfach mal. Hallo. Ich, äh, hab mal ne Frage. Ich wusste, dass du zurückkehren würdest. Ah, nicht so gut. Das Tor ist geschlossen. Und der Titan wird sich erheben. Der Mensch heißt Mensch. Weil er nicht, wenn ich es verhindern kann. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Du willst es mit einem Titanen aufnehmen? Du hast nur eine Kleinigkeit übersehen. Ohne Okular wirst du den Titanen nicht einmal sehen können. Ach ja? Dann werde ich mir wohl deins nehmen müssen. Glaubst du etwa, du kannst gegen mich gewinnen? Du trägst Ursegors Rüstung. Aber dir fehlt der Wille zum Sieg. Und deshalb wirst du, wie alle anderen, untergehen. Das stimmt doch gar nicht. Warte mal, Feuerball. Moment. Nicht so schnell. Aua. Du Penner. Oh, das war knapp. So. Du blöder. Alter. Rostaugentyp. Hier. Briss meine Feuerbälle, du Penner. Der Inquisitor ist tot. Zwei Klingenstab. Okay. Und. Gold Okular. Aha. Interessant übrigens, wie das Okular vor Hieb klingt und Stichwaffe schützt. Wahrscheinlich, weil es ein Schutzschild um sich herum ringt. Der macht. Der Einring. Es kommt gleich Gollum hier um die Ecke. So. Und ein Schädel von Ursegor. Aha. Den hat er sich einfach genommen. Schweinehund. So, warte mal. Also dann. Äh. Da muss ich jetzt das Okular aufsetzen. Wahrscheinlich. Verstehe ich aber nicht. Ich habe extra den Helm geholt. Jetzt muss ich das blöde Okular wahrscheinlich aufsetzen. Ah. Ich sehe schon die Antenne dran. Hm. Risen. WELDK. WELDK. Vielen Dank.